Der französische Zweidecker Neptune war ein 80-Kanonen-Schiff des Bout-Zentaure-Typs, französischer Bauart. Fertigungsbeginn war noch zur Zeit der Revolutionskriege, in Dienst gestellt wurde das Schiff jedoch erst während der Napoleonischen Kriege. Das Schiff verbrachte lediglich fünf Jahre in der französischen Kriegsmarine, bevor es 1808 an die Spanier überging. In dieser Zeit nahm es allerdings an mehreren Gefechten teil, nicht zuletzt an der Schlacht von Trafalgar. Erwähnenswert ist auch, dass die Neptune eines von drei Schiffen war, die an dieser Schlacht teilnahmen und als Namenspatron den römischen Meeresgott hatten. Die anderen Schiffe waren die HMS Neptune, ein Schiff zweiten Ranges mit drei Kanonendecks, sowie die spanische Neptuno. Ein Zweidecker mit ebenfalls 80 Geschützen, Fertigung und Indienststellung. Die Neptune wurde 1801 in Toulon nach den Entwürfen von Jacques-Nolz Seine auf Kiel gelegt und gefertigt. Sie war ein Schiff vom Buzent-Auretyp und ein typischer, französischer 80-Kanonen-Zweidecker. Zum Zeitpunkt des erneuten Kriegsausbruchs zwischen Frankreich und Großbritannien im Mai 1803 als Folge des Scheiterns des Friedens von Amiens war. Sie noch immer in der Werft. Wurde allerdings einige Monate später vom Stapel gelassen. Danach folgte der Aufbau der Masten. Rahn und die Betakelung bis das Schiff schließlich Ende 1804 unter dem Kommando von Commodore Esprit Tranquille Maestral in Dienst gestellt wurde. Der Weg nach Trafalgar. Die Neptune schloss sich Ende Oktober 1804 der restlichen Flotte mit dem Auftrag an, in Richtung Karibik zu segeln. Die Schiffe unter dem Kommando von Vize-Admiral Pierre de Villeneuve sollten mit 6500 Soldaten britische Besitztümer in der Karibik angreifen. Ihr Auslaufen wurde allerdings durch eine Blockade britischer Schiffe unter Horatio Nelson verhindert. Erst am 17. Januar wagte Villeneuve den Ausfall. Die französischen Schiffe wurden jedoch durch britische Fregatten entdeckt. Das ebenfalls auftretende schlechte Wetter bewog ihn jedoch zur Umkehr. Nelson war zwar unterdessen von seinem Ausfall unterrichtet worden, rechnete jedoch nicht mit einer Rückkehr von Villeneuve. Stattdessen suchte er das Mittelmeer nach dessen Schiffen ab, bis er nach sechs Wochen von ihrer Position erfuhr. Erst am 29. März kam es zu einem erneuten Ausbruchsversuch der Franzosen, bei dem sie den Briten auch entkommen konnten. Am 8. April durchsegelte die französische Flotte die Straße von Gibraltar, erreichte Kadiz und segelte von dort nach Martinique, wo sie am 14. Mai eintraf und wo sich ihr mehrere spanische Schiffe anschlossen. Dort erwarteten sie eine Flotte aus Brest, die aber durch eine Blockade des Hafens ebenfalls am Auslaufen gehindert wurde. Die Neptune segelte zusammen mit Villeneuves Flotte am 11. Juni zurück nach Europa, als offenbar wurde, dass Nelson in Barbados eingetroffen war. Eine britische Flotte unter Admiral Robert Calder konnte die Franzosen allerdings in den europäischen Gewässern aufspüren. Was zur Schlacht bei Cap Finisterre führte. Die Neptune hatte die elfte Position in der Schlachtlinie inne, hinter der Burwick und vor der Buzent Aure. Nach der verlustreichen Schlacht, die jedoch für die Neptune wenig ereignisreich war, erreichte sie mit der restlichen Flotte am 20. August Kadiz. Mit Zwischenstationen in Vigo und Verhol. Nach Monaten erneuter Blockade beschloss Villeneuves das Auslaufen für Mitte Oktober und Commodore Maestral begann, die Neptune entsprechend auszurüsten, Trafalgar. Zu Beginn der Schlacht von Trafalgar lag die Neptune an 12. Position in der Schlachtlinie. Auf Backbordseite befanden sich acht dann die Redutable und voraus das Flaggschiff, die Buzent Aure. Der Zweidecker griff 25 Minuten nach Schlachtbeginn in das Geschehen ein, nachdem sie weiter abgefallen war. Eine unerfahrene Crew sorgte dafür, dass das spanische 74er Sanjasto die Neptune von ihrer Position hinter dem Flaggschiff verdrängte. Erschwerend kam hinzu, dass das ebenfalls spanische 64er Sanjasto seine Position hinter der Neptune verließ und sich Lesaiz de Sanjasto positionierte. Dies bewirkte eine Lücke in der Schlachtordnung, die auch durch die Bemühungen der Redutable nicht mehr rechtzeitig geschlossen werden konnte. Die HMS Victory stieß vor der Neptune durch die französisch-spanische Flotte, sodass das 80er-Linienschiff eine Breitseite aus der Backbordbatterie auf Nelson Schiff abfeuern konnte. Was den Bugbereich des größeren Schiffes beschädigte, alsbald befall Maestral, sich von der schwerer bewaffneten Victory zu entfernen. Stattdessen eröffnete die Neptune das Feuer auf die HMS Thema R, die durch die Lücke brechen wollte, die von der Victory geöffnet worden war, und konnte ihre Takelage und Masten so schwer beschädigen, dass das Schiff manövrierunfähig wurde und nun auch von der Sanjasto unter Feuer genommen wurde. Um 14.30 Uhr erreichte Maestral-Schiff schließlich die HMS Belle Isle, einen 74er, der von der britischen Flotte abgeschnitten worden war. Die Belle Isle erhielt jedoch Unterstützung und nach einem kurzen Feuergefecht mit dem 64er-Linienschiff HMS Polyphemus schloss sich die Neptune dem Rückzug nach Kadiz an, als klar wurde, dass die französisch-spanische Flotte überwältigt werden würde. Die Schäden an der Neptune waren gering und nur 15 Tote und 39 Verwundete waren zu beklagen. Spanische Dienstzeit Die Reste der französischen Flotte inklusive der Neptune unter Vize-Admiral François Etienne de Rosalie Messrose wurden in Kadiz erneut blockiert. Als Spanien schließlich am 4. Juli 1808 auf Seiten Großbritanniens in den Krieg gegen Frankreich eintrat, versuchte Rosalie die Flotte zu verlegen. Wurde aber am 9. Juli von spanischen See- und Landstreitkräften angegriffen. Die Verhandlungen wegen des Verbleibs der Flotte bei Frankreich blieben erfolglos und so ergab sich die französische Flotte den Spaniern am 14. Juli. Die Neptune wurde umbenannt in Neptuno und segelte noch zwölf Jahre unter spanischer Flagge, bis sie 1820 verschrottet wurde.